so ich würde mal sagen wir brauchen langsam auch wieder ein bisschen Money schauen wir mal kurz auf die Karte und zwar wir haben einen Waffenshop hier unten ich ja gleich um die Ecke so alter, ich wollte das Auto gerade nehmen aber egal oh ich laufe sowieso in die falsche Richtung dann sprinten wir kurz hinten so, oh hallo, was war das gerade so, okay, noch ein bisschen Bekanntheit okay, warum das aber egal so, ja hallo so, hier arbeite ich rein so erst mal hole ich mal wieder die Dubstep Gun rein mach mal hier das Standard rein mal gucken, da gibt es ja eine andere Musik und dann guck mal, bei der was kann man da eigentlich nehmen ne, lassen wir schon die da die sah ja so eigentlich ganz cool äh, hallo Kumbi-Bahn-Kanone hab ich mir damals gedacht, Mann ne, die lassen wir so so, wie wir sie haben nur könnte man vielleicht Schaden ein bisschen erhöhen die Nachladerate so, dann hätten wir noch Geld vor gar nichts mehr na super Muni wollte ich auch noch kaufen so, die lassen wir mal da nehmen wir mit können wir echt mal gucken was kann man hier noch rein tun Feuerstoßgewehr Automatik Querschlägergewehr Alter, was war das Fall komprimierte Energieblitze ab die von Ziel zu Ziel springen ok was war das, jeder Treffer ein Kill und es bleibt nichts ach so, das war ja das eine Ding nimm mal das da mit was gibt es da Science Lilla jo so, hier preislich kann man gar nichts machen ok dann wir einmal hier die Dubstep-Kanone nimm raus na, ich muss auch sagen ja, ok, geht doch schon ich fand eigentlich die erste, wo ich hatte eigentlich am besten so rein von der Musik her wow, Explosions so, oh, oh, oh ja, die Cops hat denen nicht so gefallen stehen halt nicht so auf Dubstep so, aber was ist das da nochmal genau wui Alter, voll die Lasershow die Lade ganz schön alter hab ich alle getroffen ok oh no schuldig habe ich hier schon zwei Balken so, auch wieder falsche Taste wir schauen mal in die Aufträge hinein Rettekinzi trifft dich mit CID oh, das ist ein bisschen weiter weg oh, das ist ein bisschen weiter weg oh, das ist ein bisschen weiter weg so, den hat er einmal hier weggefahren so, den hat er einmal hier weggefahren ok, Alter, die stehen da mitten auf der Straße die Idioten so, ja, ganz ruhig die Cops sind immer noch hinter mir zack springt da aus dem Portal raus und wird erstmal überfahren so, jetzt machen wir wieder was anderes ein wow Alter, ich will die Türe hier zu machen aber irgendwie ich nehme wieder auf von hinten wird an und geballert so, oh, Opa, leider Alter, da war grad meine Bekanntheit weg und schon ist sie wieder da und schon ist sie wieder da aber ist die Türe wieder nicht auf? die eine hab ich wohl, glaub ich, schon verloren so, wo müssen wir denn genau hin? ja, hallo da und zurück ach, könnte da hinten, glaub ich, hin? oh no da geht sie gar nicht rum hier einmal durch die Menschenmasse sorry hier hinten rum haben wir auch keine Mauer im Weg hier hinten rum haben wir auch keine Mauer im Weg data bekommen hm, sehr interessant es scheint also, hör auf hör auf hör auf hör auf zu singen ich weiß nicht ich 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 oh, hier ich gehe äh, Matthew vielleicht sollte ich sie folgen ich werde hacken um herauszufinden woher Cid geht nicht du ich hab'n gedacht es sieht aus wie dieses Segel ist mit einem schlapp 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 doch es Die Zeitbeschreibung wird die Kinsies-Bahnwäsche in einem Meer von anderen Daten identifizieren. Findet, was immer die meisten abnormale sieht, ist es wahrscheinlich sie. Insultant, aber klar. Good luck! Zutalor! Dieses Ort, f*** ich! Ah, das ist doch stammt für Blumen. Na, das war gar nicht die richtige. War sowieso komisch. Also Kinsey ist immer komisch, aber die war richtig komisch. So, hallo. Warum rennen die alle? So, wo müssen wir hin? Einmal noch weiter. Na, die Cops. Hört ihr das Polizeiauto auf? Ja, aber ob sie richtig ist. So, habe ich aber Knarren? Ne, Motor zumindest mal nicht. Deshalb einfach mal von hinten rein. Wow. Ups. Es war nicht so geplant. So, einmal einpacken wie so eine... Wow. Der innert zweckgefetzt. Alter, ist schon mit drin. Jetzt ist er gestorben. So, der zappelt noch. Ja, helf mir deinem Kollegen hier. Nimm den jetzt mit. Nimm den zwei Beinen. Der fliegt gleich davon. Alter, was gedacht, Mann. So, den will ich auch überfahren. Alter, wo hängt der? So, jetzt aber. Ah, der hat ja gar keine Waffe. Wie nett. So, jetzt noch ein Versuch. Oh, das war der falsche. Alter, wie lange lebt denn der? Alter, jetzt war der auch so komisch in mir drin. Ja, genau. Nein, nee. Ich hoffe, das ist der reale Sie. Golly! Der Stoß war komisch. Jetzt will sie einsteigen, oder? Ich versuchte, um die Weltwahrer 3 zu beginnen, weil er zu einer Street-Gang verloren hat. Ich habe nie gehört von ihm. Er ist hier in charge. Nein, nein, nein. Ich habe nicht diesen verdammt, Sackler? Nicht in Kinsey's Mind. Nein. So, jetzt ist schon wieder die falsche. Den Kopf, den nehme ich mal. Nein! Der schöne Kopf. Ist einfach davon geflogen. Hat sich in die Luft aufgelöst. Okay, ich sehe Tempo, aber er sieht jünger. Händler sogar. Und jetzt ist er, wie ein Stormtrooper. Kinsey ist mit ihm. Schande mir ein Weapon. Ich kann nicht! Dieses Ort ist insufferbar. Aber ich muss ihn nicht schütteln, um ihn zu schütteln. Er hat die Sprecherböcke in der Stadt. Wenn du ihn wirklich aufhörst, musst du sie alle rausnehmen. Es ist eine klartige, friedliche Reflexion und strikte Opinion. So, Lautsprecher. Okay. Oh, da haben wir hier die Rock Gun. Oh, warte einen Moment. Warte einen Moment. Nein, noch mehr warten. Ich brauche die Resultate. Ich habe dir etwas in einem Weaponskript. Na, endlich eine Waffe. Ich habe dich nicht. So, warte, hier haben wir auch was. So, warte, hier haben wir auch was. Oh, er stößt meine Waffe. So, den Laster. Und dafür habe ich jetzt eine Waffe, oder wie? So, die Welt. Oh, die zwei mal hintereinander. Ist ja unfair. Alter, explizitiert der gleich. So, dann gehören wir da nach hinten. So, machen wir hier ein bisschen Musik. Oh, jetzt kommt der zwei. Oh, alter. Kommt der voll angefahren? Alter, darf ich mich auch noch bewegen? Alter, Falter. Können wir jetzt noch vollfahren? Alter, ich kann mich gar nicht bewegen. Die Unverschliessen und die tanzen hier. So, der hängt jetzt ein bisschen. Nur die Laterne. Nein, 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 nein. Geh weg. Der ist auch noch. Ach, ich kaputt. So, der kriegt mich nicht. Sehr geil. Und Bäm. Wow. Der ist weggeflogen. So, die tanzen gar nicht mehr. So, oh je. Ich komm da. Wow. Alter, da kann man wirklich nicht ausweichen. Alter, was ist das Schuss hier von Kuschel? Hallo. Hallo, ich kann mich gar nicht mehr bewegen. So, ja, so ist gut. Yeah, Fahrzeug surfen. Nein, ich bin nochmal durchgeflogen. Ich kann noch eine Runde surfen gehen. Ja, genau. Hat am Aufstehen und schon wieder kaputt. Oh, der explodiert gleich. Geh mal weg. Wow. Alter, voll die Randall hier. So, der hängt hier. Sehr nice. Matthew, ich gehe jetzt für Cyrus. Zeit für Phase 2 dieser Plan. Was ist... Trust me, du magst es. So. Oh, ich soll tanzen. Sam Hill? Ich dachte, das war eine Partie. Let's dance! Oh, no. Oh, no. Ich bin noch nicht mehr. Ich bin noch nicht mehr. Ich bin noch nicht mehr. Matthew, ich kann mich nicht mehr anziehen. Aber, vor allem, der kann hier so rumspringen. Hat eine richtige Gun. Oh, sorry. Der tanzt weiter. Alter, wollen wir hier ein bisschen andere? Yeah. Das ist die Beste. Ich bin noch nicht mehr in den Augenstipp. So geil, Mann. So, hier. Ein bisschen Dubstep in dein Gesicht. Guck mal, wie er fliegt. So, tanzt er jetzt da oben, oder wie? No, no. Let's go. I am not to be fucked with. Wie sehen wir, muss sterben. Jetzt haben wir ja zwei Lieder. Oh, Mann. Immer die Cops. Au, 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 hallo. Guck gar nicht weg. Der hat immer noch die Hälfte vom Leben. So, alle Cops down. Jetzt ist der da hinten. So, spür meine Beats. Sag nur, Alter, da können Autos laufen. Oder was hat er jetzt? Ein Gartenzaun. Gibt's ja gar nicht. Alter, was ist denn vor Musik? Mal meine Musik. So, die Cops sind auch weg. So, was macht die Kinsey? Die tanzt noch. Kinsey, let's get the fuck out of here. Hey, you swore. Kinsey, you're okay. You don't tell anyone, what you saw. Do you understand me? Kinsey, it really wasn't all that. I said anyone. Hey, you got it. Just saying, it was a cute bootle skirt. Alter, wie die abgeht. Sag aber, ich hätte doch den gleichen süßen Rock an. Sollte ich doch dann niemals so schämen. So, Waffe, Dubstep, Gun. Habe ich doch eigentlich schon, aber egal.